Hallo, herzlich willkommen zurück bei Wizard101. Ich bin's wieder, der Kairos mit Wizard101. Ja, das hab ich ja grad schon gesagt. Wir müssen hier einen Blaustachel besiegen. Und danach müssen wir noch andere Straßengegner besiegen. Der übliche Kram, den man hier so zu erledigen hat. Man kennt das Spielchen. Ach, egal. Ähm, 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 ähm. Hm, ich war dabei, ähm, Kommentare vorzulesen. Und zwar schrieb der Manuel Matar, die Schattenpeitsche macht dir doppeltes Leben und du hältst bessere Zauber, also die doppelten Schaden machen. Das stimmt nicht, das weiß ich. Ähm, AngelEisprieze sagt, äh, nein, wie kommst du darauf, Manuel Matar? Bei mir wäre so, bin klassisch Sturm und bei mir hat, glaub ich, voll gelackt. Hä? Ähm, äh, Yvonne, AngelEisprieze, frag ich mich auch damit. Guy, AngelEisprieze, ich guck auch deine Videos. Bin großer Fan von dir. Aber jetzt antwortet er dem Manuel Matar. Schattenpeitsche macht plus 50 Durchschlag, plus 10% Schaden auf alles und du hältst dich um 25% weniger. Bis dahin, okay, der Kommentar, gut. Und jetzt kommt natürlich wieder sowas, was ich, äh, nicht so toll finde. Was laberst du mit doppeltes Leben und neuen Karten? Äh, Karl Lengner antwortet, Manuel Matar, welches Level bist du? Manuel Matar antwortet nochmal in einem anderen Kommentar, die Schattenpeitsche macht dir doppeltes Leben. Damit geantwortet, macht es nicht. Das heißt, nach diesem Kampf machen wir mit den nächsten beiden Jungs hier mal die Schattenpeitsche mit ins Deck, ne? Gucken wir uns das nochmal live an. Wobei ich natürlich weiß, dass ich nicht doppeltes Leben dadurch bekomme. Ich hab da nicht, äh, 7000 Lebenspunkte. Ach Quatsch, 8000, über 8000 Lebenspunkte. Das ist leider nicht so. Wäre natürlich cool. Plus 50 durchstechen, durchschlagskraft. Was? Moment. So, wir sind gleich soweit. Ähm, man, 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 man. Plus 10% nochmal Schaden. Ist jetzt nicht so viel, ne? Ähm, und ich heile mich 25% weniger. Also geht eigentlich so, ne? 10% mehr Schaden hält sich auch in Grenzen, ne? Und ich heile mich 25% weniger. Und durchstechen. Das ist gut, wenn jemand Schilde drauf hat, ne? Ja. Kann ich ja dann mal im Kampf tatsächlich auswählen. Wenn ich, ähm, es tatsächlich mit einem Gegner zu tun habe, der mehrere Schilde sich immer wieder macht. Das ist dann ganz gut, wenn ich das im Boss-Deck habe. Dann sag ich, okay. Du machst die Schilde, dann mach ich jetzt hier einen Schattenzauber. Aber wisst ihr was? Wir rüsten den jetzt einmal aus, damit wir den auch mal dabei hatten. Okay. Schattenzauber. So, Schattenpeitsche, jetzt bist du auch einmal dabei. Wo bekam ich nochmal die anderen Schattenzauber? Ähm. Genau, im Turm der Mondfinsternis. Gucke ich mir das nochmal genauer an. Hier nach. So. Mensch, ich dachte, der wäre jetzt direkt schon dabei. Das können wir auch einmal wegmachen. Plus 10% mehr Schaden. Naja. Ist jetzt nicht so viel, ne? Guck mal, wie viel Mana. Ich hab 556. Das braucht doch auch kein Mensch. Kann das sein, dass das hier nicht über 100 geht? Bin ich bei 99? Warum hab ich denn jetzt keine Schattenpeitsche dabei, ne? Nicht zu fassen, oder? Naja. Ach, ich brauch hier einen Schattenpip dafür. Stimmt ja. Das macht natürlich Sinn, ne? Na gut, wenn das jetzt nicht so ist, dann ist es nicht. Ist es nicht sowas, sonst ist mir auch egal. Wir lassen es auf jeden Fall jetzt mal im Straßendeck. Und dann werde ich es bei der nächsten Gelegenheit einfach mal machen, damit ich es mal gemacht habe. Und vor allem damit ich es nochmal verinnerlicht habe. Ja, dann wäre das vielleicht doch gar nicht so schlecht gewesen. Auch bei dem Zauber, wo der Typ das Turmschild eben drauf hatte, ne? Hätte ich da den Kampf vielleicht auch eher geschafft. Ich muss mich da... Leute, ich muss mich da erstmal so ein bisschen reindenken in das Thema. So, wir machen jetzt mal die Schattenpeitsche. Ich könnte die zwei jetzt schon kaputt machen, aber es ist egal. Wir machen es jetzt mal. Und wenn ich den Kampf verliere, ist es auch egal. Ich spiele jetzt mal ein bisschen damit rum und warte vor allem auf den Rückschlag. Jetzt wird es schattig. Yeah. So, doppeltes Leben ist Quark. Ich könnte jetzt natürlich angreifen, aber ich passe jetzt mal. Ne, ich heile mich jetzt mal. Minus 25%. Oh, jetzt hat er sich ein Minus 70%-Schild drauf gemacht. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Denn jetzt habe ich tatsächlich das Plus 50 durchstechen. Das hilft mir jetzt in dem Fall tatsächlich sehr, sehr gut. So, minus 25% sind 1013. Ist schon ordentlich viel weniger, muss ich sagen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich hier warten muss. Wie lange hält der eigentlich an? Das ist eine gute Frage. Aber wisst ihr was? Das interessiert mich jetzt nicht, weil der... Jetzt hat er das Minus 70%-Schild drauf. Wenn ich den jetzt nicht damit besiege, mit meinem Schattenzauber, habe ich tatsächlich ein Problem. Ich glaube, ich lasse den Schattenzauber tatsächlich auch mal im Straßendeck. Einfach drin. Für den Fall der Fälle, ne? So, plus 10%. Durchstochen. Damit haben wir nur noch minus 35%. Und er ist tot. Mal in der nächsten Runde. Oh, der ist jetzt tot. Minus 10 Rückstoß. Plus 10. Okay. Ach, das Durchstochen zählt dann immer noch. Ah, das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht, dass das so ist. So, ich habe das erste Mal... Ah, ich bekomme jetzt immer noch Schaden. 807. Das heißt... Oh, das ist aber wirklich riskant, ne? Wenn ich mit meinem letzten bisschen Leben jemanden besiege, mit einem Schattenzauber und bekomme dann 807 zum Beispiel Schaden zurück. Könnte ich den Kampf immer noch verlieren, oder was? Ja gut, das ist aber auch gut zu wissen. Ich meine, das wusste ich vorher. Aber das muss ich halt mit einplanen, ne? So, und jetzt müssen wir Nachtflammen besiegen. Jetzt gehen wir hier erstmal an den Jungs vorbei. Und wenn ich diese Quest geschafft habe, dann gehe ich nochmal in den Turm der Mondfinsternis und gucke mir gerade nochmal die anderen Schattenzauber an. Ne, ich habe mir das jetzt so ein bisschen verinnerlicht. Ach, die Nachtflammen, die waren doch so ganz blöd auch, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Auch von denen muss ich 5 besiegen. Naja. Hier hüpf. Apropos hier hüpf. Kennt ihr alle die alte Biene Maya Serie von früher? Ne? Ja, bestimmt, bestimmt. Kennt ihr die neue Biene Maya Serie? Kennt ihr den neuen Biene Maya Film? Was sagt ihr eigentlich dazu? Was haltet ihr davon? Na, so ganz einfach so in den Raum gefragt. Ohne irgendwas zu bewerten. So. Komm, ich mache sie doch raus aus dem Deck, oder? Ich weiß, dass die keine Schilde machen. Oder doch? Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Es kann sein, dass sie doch welche machen. Ach, ich weiß es gerade gar nicht. So, komm. Und hinein ins Vergnügen. Nachtflammen. 5 an der Zerale müssen wir besiegen. Ja, stimmt ja. Machen die nicht auch den Ifrit? Minus 90 ist natürlich hart, wenn ich das hab, ne? Egal. Egal. Es sind nur Straßengegner, die ich auch schon ein paar Mal besiegt hab. Was soll? Was soll's? So. Black Pro Gamer hat 9 Daumen hoch. 9 Daumen hoch. Äh, äh, ich betone es nochmal. Bekommen für folgenden Kommentar. Und spiel nicht immer mit Ifrit. Der ist nicht mehr gut. Benutz mal mehr den Feuerdrachen. Macht Schaden. Und ist dazu einfach für mehrere Gegner. So würde ich spielen. Das ist doch völliger Quatsch. Als wenn der Feuerdrache besser ist als der Ifrit. Oh Mann, Leute. Ich komm doch voran. Also, ich hab einfach nicht aufgepasst, dass da irgendwie die Leute sich schon Schilder gezaubert hatten. Aber ansonsten ist doch alles cool. So, das hier machen wir mal weg. Du merkst, glaub ich, nie, wenn er Schilder auf sich macht, oder? Er hatte minus 70 Feuer. Das sollte man sehen. Das sollte man sehen, schreibt er. Das sollte man sehen. Ja, normalerweise spielt man das Spiel ja auch nicht. Und Let's Playt es gleichzeitig, ne? Das ist immer noch ein sehr, sehr großer Unterschied, mein Lieber. Und da kann man sowas schon mal übersehen, weil man halt auch konzentriert ist mit anderen Dingen auf bestimmte Themen. Macht sich Gedanken dazu. Guckt gleichzeitig auf die Uhr, die parallel läuft. Guckt vielleicht aufs Handy und liest Kommentare vor. Geht darauf ein. Und so weiter. Da kann man sowas schon mal übersehen. Aber die alten Hasen hier, die wissen das schon. Die sagen, ach ja, das hast du schon oft erzählt. Aber ich muss sowas halt öfter mal wiederholen. PS4-Player. Ah ne, das ist so ein anderes Video. Zu dem Let's Watch-Aufruf. Bitte abonnieren. Ja. Natürlich nicht abonnieren. Wenn ich sowas schon sehe. Komm, wird definitiv nicht abonniert. So können wir jetzt. Pass mal auf, Leute. Lumatrian schreibt. Wusste gar nicht, dass du Rammstein kennst. Beziehungsweise du riechst so gut von Rammstein. Alter Schwede. Ich kenne Rammstein sowas von gut. Ich habe alle Lieder von denen auf dem Computer. Ich habe früher die CDs von denen gehabt. Ich kenne alle Lieder. Ich kann fast... Nein. Die ganz neuen. Da bin ich tatsächlich nicht mehr so drin. Aber ich kann alle Lieder ansonsten mitsingen. Auswendig. Ich habe sogar schon Rammstein-Cover gemacht. Auf meinem Kanal. Auf dem Kidcast-Covered. Ich bin ein riesen Rammstein-Fan. Ich war, als meine Frau noch schwanger war. Also vor über zwei Jahren war ich mit ihr auf einem Rammstein-Cover-Konzert. Echte Rammstein-Konzert. Naja, ist ja immer innerhalb von Minuten quasi ausverkauft. Aber auch das war schon mega geil. Also wenn hier jemand Rammstein kennt, dann bin ich es. Das möchte ich aber mal bitte betonen. So. So. Meli H.T. Meli T. Schreibt, Karius, du bist der Beste. Ganz ehrlich. Ich liebe deine Videos. Das ist sehr, sehr nett. Vielen Dank. Gamer61TS antwortet, Hi, mache auch Rosat101-Videos. Schau vorbei, wenn du willst. Den Kommentar lösche ich. Oh, was soll das? Ich finde das ein bisschen dreist, oder? Was soll das denn? Solche Leute, ne? Und ich lese es auch noch vor. Ich bin echt nett. Da ist wieder der nächste Kommentar von ihm gelöscht. So, wir haben erst eine Klinge. Tut sich gerade irgendwie hier nicht so viel, ne? Kann das sein? Moment. Das können wir einmal wegmachen. Das können wir auch wegmachen. Das kommt da hin. Ty, 2, T, 2, T, Y, L, L, I, I, 1, 1. Keine Ahnung. Hey, Killed, ich habe vor ein paar Tagen endlich Chrysalis abgeschlossen und Morgante besiegt. Moment. Ich muss sagen, dass der Kampf sehr einfach ist. Es gibt eigentlich keine Regeln, die den Kampf wirklich beeinträchtigen. Insgesamt war Chrysalis sehr einfach. Man hat ja eigentlich immer einen Begleiter dabei, der einem bessere Werte gibt. Naja, dir viel Spaß noch in Chrysalis. Es wird noch ein bisschen dauern, bis du auch in Polaris ankommst. Ja, leider. Haben wir es hier bald. Die Folge ist schon wieder vorbei. Ich werde wahnsinnig... Aber den Kampf machen wir noch zu Ende. Ist ja wohl klar. So einen klaren Straßenkampf werde ich jetzt nicht folgentechnisch unterbrechen. Das wäre wirklich zu läppig. Auf die zwei, drei Minütchen kommt es dann auch nicht mehr an. So. Meine Lieben. Ich schicke euch jetzt in die ewigen Jagengründe. Syrenx schrägstrich CSGO schreibt, ich gucke mir deine Videos immer beim Einschlafen an. Aber nicht, weil deine Videos so langweilig sind, sondern weil ich deine Stimme sehr berührend finde. Das ist ja nett. Vielen Dank, Syrenx CSGO. Dann sage ich mal gute Nacht. Schlaf gut. Und träum was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.